Dann habe ich natürlich keine Lust da drauf. Nein! Verschätzt. Komplett verschätzt. Zwei Punkte. Wow. Doch so viel. Oh, wo ist hier das Nuss? Oh, war das knapp. Heck in the air. Danke für den Follow. Ich glaube, ich muss auch den Follow-Döns mal etwas leiser machen. Ich glaube, der ist ein Tick zu laut. Ah, das ist hier. Sehr schön. Sehr schön. Endlich funktioniert auch mal was. Obwohl dieses 50-50 auch schon wieder... Ach komm, wir nehmen hier das Nuss noch mit. Boost! Boost! Ich muss mir das angebilden. Das kannst du aber nicht machen. Da weiß ich doch gar nicht, wie ich spielen soll. Wenn du mir so viel Freiraum lässt. Nämlich. Aber dasselbe kann ich jetzt auch hier sagen. Oh! Das ist doch bestimmt kein Boost mehr. Das Boost habe ich nämlich gerade eben abgeholt. Da in der Ecke. Aus Versehen. Ach du Scheiße. Oh, aber das ist knapp. Eigentlich würde ich mir jetzt wünschen, dass ich... Also ich würde mir natürlich immer gewünschen, dass ich gewinne. Aber allein wegen der Spannung hätte ich jetzt voll Bock, dass ich darauf gewinne. Und das heißt nicht, du sollst mich jetzt gewinnen lassen. So, dann nehme ich. Okay. Okay. Oh, gut. Hätte ich früher da sein müssen. Ah, Mist. Oh, fuck. Das ist jetzt sehr, sehr schön. Oh, warum bremse ich da? Der gegen den Pfosten. Oh, jetzt halte ich ihn doch auf. Kacke. Dann muss ich mich erstmal bedanken, dass du mir das Boost übergelassen hast. Oh, und dann muss ich... Ja. Und dann bedanke ich mich natürlich auch gleich noch, dass ich voll gegen dich geschossen habe. Ist doch schön. Ach, das wird nix. War ich einen Tick zu schnell. Boah. Gut gemacht. Hätte ich doch nicht gegen Snowsk... Äh, ans Snowskane dürfen. Das 50-50 bin ich nicht immer ordentlich angegangen. Also komplett mein Fehler. Gut gemacht. Ja, okay. Okay. Was passiert denn jetzt hier? So. Boah. Kacke. Nee, komm. Das gehen wir gleich nochmal ordentlich an. Das Snowsk is respawnt. Boah. Ich und meine Banden immer. Jetzt wird's lächerlich. Ich glaub, ich will grad zwei gegen zwei spielen. Irgendwie hab ich so das Gefühl. Hier bleiben wir mal etwas defensiv. Schießen wir jetzt einfach mal drauf. Nicht, dass ich... Alter. Jawoll. Gut verteidigt. Das war auch... sehr knapp. Och, nö. 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 Och, Mann. Na ja, gut. Gehört halt dazu. Ah, Mist. Nein! Nein! Shadow117, vielen Dank. Ach, schade. Gut gespielt. Gut gespielt. Ich würd sagen, wir machen jetzt gleich noch eins für die Ehre. Ähm, ich will nur ganz kurz mal gucken. Jetzt, wo grad hier... Alles klar. Warte, du bist rausgegangen? Okay. Äh, kannst ja gleich noch mal sagen. Könnt gerne gleich noch eins für die Ehre spielen. Ich will nur grad mal gucken. Also, ich merk grad, ich bin eindeutig viel, viel... Ah, hier, Benachrichtigung-Boxen. Das müsste es sein. Ja. Ähm... Nee, nicht Follower-Test. Genau, Lautstärke. Machen wir mal auf 12%. Machen wir mal alles auf 12%. Nee, die Spenden können ruhig lauter bleiben. Ich mein, nicht, dass ich welche hätte. So. Ja, Best of Three sag ich immer so, aber... Ähm... Das ist eigentlich nur... Du hast auf jeden Fall gewonnen. Aber ich würd sagen, eins machen wir noch, weil... Wenn jetzt wirklich... Ich bin nämlich die ganze Zeit weiter auf...